Okay Leute, bevor dieses Video beginnt, will ich euch erstmal was sagen. Ich habe exakt am 2.4.2018 ein Video hochgeladen. Das war ein Playing with Lauren mit dem Titel Die Geschichte von Fortnite. Dieses Video hat fucking 287 Aufrufe und in diesem Video habe ich gesagt, aber wenn ihr wollt, dass ich eine Facecam aufstelle, dann gebt jetzt schon mal einen Daumen nach oben bei 5 Likes. Jetzt mache ich das nächste Gameplay mit Facecam. Ja und jetzt guckt mal hier schön unten. 7 Likes, also Leute, ihr wisst was das bedeutet, auch wenn ich gesagt habe, beim nächsten Playing with Lauren, aber ich mache es jetzt auch so. Hey Leute, na, meine Facecam ist aufgestellt. Und ja, heute zeigen wir mal mit Facecam, erstmal Kopfhörer richtig aufsetzen. Und ja, jetzt startet erstmal das Video richtig. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Playing with Lauren. Heute spielen wieder Fortnite und Season 7. Nicht mehr lange, nämlich in 7 Tagen ist die scheiß Season vorbei. Ich hasse diese Season. Sprachenlernen Bubble. Ich hasse diese Season, weil, ja, keine Ahnung, ich hasse sie einfach. Es gibt keine Begründung. Und ich will jetzt auch nicht weiter labern. Ich will jetzt einfach mal mit Facecam es ausprobieren, alles zu cutten und so. Und vielleicht kommt ja das nächste Video auch mit Facecam. Das weiß ich aber noch nicht. Aber jetzt nicht mehr weiter labern, sondern spielen. So, weil wir ja so höflich sind, bedanken wir uns natürlich auch beim Busfahrer. So, bitteschön. Hohoho, immer wieder gerne. Ich sag dazu nichts. Was kannst du eigentlich? Apropos, ich möchte mich bedanken für die 50 Abonnenten. Ja, das wollte ich noch sagen. Super. Und bitte schreibt jetzt nicht wieder in die Kommentare, macht ein 50 Abospecial. Ein Abospecial kommt bei 100 Abonnenten. Also haut mal schön die Abo-Taste drauf. Was glaube ich für ein Scheiß? Macht doch egal. Ja, das ist ja der Schra. Die ist ja der Schra, Digga. Ich habe... Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jesus Christ! Den? Denn? Hell Nacht Was? Das war ein fucking recreate des dic a FCK DICH! Ehre genommen Vorhaut genommen Leben Ah ja, ein kleiner Schlingel ist es. Ich will ja nicht snipen. Was? Uh, Ehre. Diese Scheiß-Game-Man!